Luca Henni und Christina Luft sind wohl gerade das süßeste Prome-Paar. Seit 2020 halten die zwei Verliebten ihre Fans in den sozialen Netzwerken auf dem Laufenden. Ihre Follower dort würden sich vor allem eines sehnlichst wünschen, Nachwuchs. Doch wie sieht es bei den beiden mit Kindern aus? Gibt es da schon Planungen? Im Podcast S.I. Talk, der Podcast der Schweizer Illustrierten erzählte der Sänger, dass er, wenn alles klappt, gerne eine Familie möchte. Damit lässt sich das Paar allerdings noch seine Zeit, schließlich werden die beiden momentan beruflich stark gefordert. Inzwischen sind sie verloopt. Luca Henni plauderte vor kurzem bei Promeflash aus, dass die Hochzeitsvorbereitungen schon in vollem Gange sind. Da steht eigentlich das meiste. Den Termin verraten wir zwar nicht, wir sind aber fleißig am Organisieren. Vor allem Luca sei momentan der Hauptverantwortliche, schließlich steht seine Freundin Christina Luft gerade Woche für Woche bei Let's Dance 2023 auf dem Parkett.